Nein, das musst du verstehen, Susanne. Die Männer mussten früher raus. Die mussten früher, weißt du, in der Steinzeit, ganz früher. Nächst du dann links rein? Nein, jetzt gehen nicht. Es ist so, die Männer mussten auf die Jagd hinüber alleine gestellt haben. Jetzt könnte es deine Hände direkt eng werden. Die nächste musste gleich wieder links, die ist also leicht versteckt, sage ich jetzt mal.